Blau, auch 96, nach zuletzt zwei Niederlagen unter Zugzwang, denn in den nächsten Wochen warten ausschließlich Top-Teams auf die Niedersachsen. Jakba, der Außenverteidiger, und das ist Jakonan mit viel Platz und viel Gefühl im rechten Fuß. 1 zu 0, vierte Minute, viertes Saisontor, Jakonan narrt die schläfrige Kölner Abwehr. Petit und Mohamed zu passiv, so einen Kunstschuss haben die Kölner dem Ivora offenbar nicht zugetraut, selbst schuld.